Achtung! Hier spricht Direktor Deidman. Ein Station zweiter Notfall ist eingetreten. Ein Station zweiter Notfall ist eingetreten. Ja! Oh, hey! Isaac! Isaac, hier drüben! Wer sind Sie? Das sind die Drogen, Isaac. Sie gaben uns Drogen, damit wir vergessen. Aber alles kommt weg. Ich weiß nicht, worum Sie da reden. Warum fucken Sie mich an? Isaac! Isaac, tausen Sie auf! Nichts! 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 UNTERTITELUNG Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah! 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 Überall sind Necromoffs. Ist die ganze Sprawl infiziert? Wie konnte das passieren? Der Marker wurde zerstört, Dana. Ich habe ihn zerstört. Wir haben einen Marker zerstört, Isaac. Die Regierung hat einen weiteren gebaut. Auf dieser Station? Warum? Es ist mächtige Alien-Technologie und Type-Man will diese Macht. Gehen Sie zur Bahn, dann bringe ich Sie zur Bahnstation Kisunitire. Dana? Verdammt. Verdammt. Gure es. Was ist das? 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 Was ist das?